Ich warte vorne auf dich, ja? Na, schau mal, mach. Die 50er-Signale anheben. Ist der Umfeldbereich schon abgesucht worden? Ja, da oben liegt Holz drin, ich vermute Treibhausen. Also wir haben das in Ron-Oberhausen. Das ist der Druckkapitalanstrich. Die haben sich ja den Wagen setzt, das schien man, der hat sie ja gar nicht. Mannen sind ersatzweise eine Wagen und keine Wagen. Ich habe eine Paar mit einem Lerzbeinbetrieb, ich bin so großartig, ich habe keinen Wagen. Das ist ja schon mal umgezogen. Es muss ja noch ein bisschen was sein. Wir brauchen nichts. Miles? Ja? Dann steckt du ihn wieder mit. Ja, dann fern wir. Und guck mal da in die Röhre rein. Hast du? Ja, ich gehe. Und dann machen wir vier Leute. Zwei in der Mitte und zwei im Außen.